Richtig. Richtig. Hans, bis zu der Meinung ist die richtige Position. Über den Oberkörper ein bisschen unten. Ja, aber schon. Jetzt schon. Kopf ist tiefer als der Arsch sozusagen. Ja. So. Jetzt schon, es ist jetzt schon zack. Andi's Kopf wird schon rot. Richtig, Andi, die Ellbogen vor die Knierscheiben hin. Das soll aerodynamisch auch passen. Da hinten. Gut. Ich brauche den Bauch und vielleicht geht's noch besser. Denn als die Gaffee, die haben wir nicht mal gar nicht mehr. Ich wäre geneigt, mich jetzt hinten auf die Ski zu setzen. Also ich würde jetzt sonst noch den Bitbull spielen. Da hat noch drei, vier und vier. Wollen Sie ja das? Na ja, warte. Hans, jetzt ganz ehrlich. Bitbull. Hey, bist du Bitbull? Ah! Ah! Jetzt geht's! Ah! Ist halt so weh! Wenn man verliert! Der Arsch hat so ein Schatz. Nein, nein. Ich stehe jetzt auf. Ich stehe jetzt auf, weil du bist ja vom Bach und ich will jetzt wirklich nicht blamieren. Das geht jetzt ja. Das geht jetzt ja. Andi, danke, ich bin jetzt total froh, dass du bist. Wuhu! Die Echtzeit. Ja. Minuten 39, 95 ist der Andi gehockt. Der Hans hätte jetzt natürlich noch eine halbe Stunde ausgehalten. Ich auch. Aber du kannst es nicht weiter. Bravo! Hey! Das ist der Arsch! Ja! Ja! Ja!